Oh Gott, ich habe auf jeden Fall so viel Equipment im Start. Ja, Kinderstäbchen, voll geil. Riecht aber schon lecker. Riecht schon lecker, aber gar nicht richtig. Ich fange einfach mal an, okay? Ich habe so Angst. Nimm noch wenig. Nimm noch ganz wenig. Harmlös. Das ist ja, oh, es kommt. Es geht besser. Es geht noch. Ich versuche, alles ganz schnell zu essen. Oh Gott, das kann man nicht essen. Kann man nicht essen. Oh, es geht eigentlich. Also ich habe es, glaube ich, schlimmer vorgestellt. Es wird richtig. Es geht noch, oder? Ja. Oh, meine Zunge brennt ja schon so stark. Aber schlimmer als jetzt kann. Doch, kann es werden. Ich glaube, das kann es werden. Es sind ja schon Leute dran gestorben. Bestimmt. Okay. Okay. Aber wenn man es, ist gar nicht so scharf, wenn du auch so zunig hast. Aber danach, wenn du atmest, wird es so scharf. Oh mein Gott, mein Lieb. Aber ich will eigentlich noch so viel schaffen wie du. Viel Spaß. Ja, ich, ja. Dann könnte ich es eigentlich auch aufessen. Nur noch zweimal. Schaffst du das? Jetzt wirst du es dann auch ganz aufessen. Das ist ja träglich. Das ist schon angenehm. Je mehr man davon isst, komm. Nee, nicht okay. Nicht okay. Oh mein Gott, was soll ich tun? Ja, das war aber lecker mit dem Traum. Easy. Ja. Und hier noch zeigen, dass wir fertig sind. Hier hängt noch eineinhalb Nudeln-Dingwurm. Aber das ist geil. Ja, ist echt gut. Ich habe es geschafft. Gerade so. Es tut so weh beim Reden. In der Zunge. Ich bin so, sag mal, beteilbt. Mhm. Aber es ist gut für die Durchblutung. Mhm. Auf Dauer gar nicht so gesund. Ich habe jetzt noch nichts von der Milch gefunden, aber mein Mund brennt so hart jetzt. Okay, ich glaube, den Rest gebe ich jetzt den anderen. Die können es ja scheinbar gut. Den schmeckt es ja. Boah, scheiße. Eine schöne Erfahrung. Das ist lustig. Aber ich würde es immer wieder essen. Ja. Ich auch. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao. 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 Ciao.